Moin meine Lieben, Domination-Tipps, wir sind zurück mit einem neuen Video. Eigentlich müsste ich was für die Universität tun, ich gehe später noch ins Training, aber ich habe so keinen Bock gerade, darum habe ich mir irgendetwas vorgezogen. Und zwar machen wir jetzt sehr sehr früh schon die Basisbewertung, ich glaube für die Bremerin aus der Allianz, in der ich vor ein paar Tagen, ein paar Wochen, wo auch immer war bei den Hessenfighters. Kurz zu meinem Basislayout, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich darüber im letzten Weltkriegsvideo oder so referiert habe, jedenfalls gab es ein kurzzeitiges Event, das ich dringend ausnutzen musste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer so einer, wenn diese Event-Nachrichten kommen, die poppen mir immer hier oben so groß in dem Bildschirm auf, wenn das Spiel losgeht und meistens bin ich irgendwie überfallen worden und das interessiert mich dann immer, bin ich komplett platt gemacht worden, was wurde mir geklaut. Und das kann man ja relativ schnell sehen, indem man sieht, welche Gebäude regenerieren, also diesen blauen Balken oben wieder hin und her schieben. Und darum drücke ich diese Nachrichten immer weg und vergesse dann, die aufzurufen, sprich ich versäume die Events letzten Endes immer, das ist total dumm von mir. Ich habe es jetzt aber nochmal nachgelesen, Flugabwehren sind vergünstigt und Flugplätze sowie Upgrades auf unsere Flugeinheiten und so ein Shit und das muss man natürlich nutzen, gerade wenn man im globalen Zeitalter ist, so wie ich. Und naja, ich habe keine Ölprobleme, aber es geht mir mega auf den Sack, dass ich immer alles 150.000, 160.000 Öl farmen muss, weil immer Atomzeitalter-Spieler vorbeikommen, mir das verderben wollen. Egal, nichtsdestotrotz, mein Jäger ist auf MK1, ich habe den jetzt direkt auf MK2 hochgepusht. Dann habe ich noch irgendwas gemacht, genau, die Flugabwehr habe ich angefangen aufzubauen und dafür musste ich mal wieder meine Leute aus der Uni abziehen. Also meine geplante Uni-Forschung verschiebt sich immer weiter nach hinten, dementsprechend auch die Erforschung meiner Hitpoints für die Mauern, was ein bisschen schade ist. Gut, lässt sich nichts machen. Was gibt es noch? Ja, Generäle, die Burg ist umgebaut, das dürftet ihr aber schon gesehen haben durch die Weltkriegsvideos. Ja, nicht viel Neues, sechs Tage noch, sieben Tage knapp, dann habe ich den ersten Mörser wieder zurück. Ich wurde hingewiesen, danke nochmal an der Stelle, Ragnar aus der jetzigen Allianz Red Bull Austria, in der ich mich befinde, ja, ich habe die Allianz wieder gewechselt, hat mich darauf hingewiesen, dass man doch das GPU-Rendering erzwingen kann, um damit Spiele von Drittanbietern oder auch Anwendungen besser gesagt von Drittanbietern auf den Android-Geräten flüssiger laufen zu lassen. Und ich muss sagen, bis jetzt läuft das Ganze in Ordnung, ich bin mal gespannt, wie das im Weltkrieg aussieht. Für alle von euch, die auch so ein bisschen vielleicht Performance-Probleme oder so haben, ist das GPU-Rendering vielleicht eine ganz interessante Sache. Wenn es euch interessiert, ich will jetzt hier nicht, dass alle mit den Augen drehen und sagen, langweilig, darum werde ich es jetzt nicht erklären, wie das funktioniert. Das ist aber relativ einfach und auch für jeden machbar. Da braucht man keinen PC anschließen, da braucht man das Gerät nicht routen. Man muss nur eine bestimmte Abfolge von Dingen tun, damit man auf den Entwicklermodus Zugriff hat. Wie gesagt, dazu alles mehr. Wenn ihr Interesse habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Entweder mache ich darüber ein separiertes Video oder was auch immer. Jedenfalls könnt ihr damit die Leistung eures Handys, speziell in der Drittanwendung wie Dominations, extrem verstärken. Also ich profitiere bis jetzt nur davon. Der Weltkrieg, ja, gibt es nicht viel zu sagen. Ich werde in den nächsten Weltkrieg wohl mitgenommen. Der jetzige läuft wohl gerade noch. Also sprich, heute Abend wird der nächste Weltkrieg gesucht. Und dann kann ich euch auch mehr zu den Gegnern sagen. Wenn der Markt fertig ist, werde ich meine Leute in die Schatzkammer stecken. Wobei ich mir unsicher bin, wenn ich die jetzt upgrade. Hier steht nur, dass ich mehr Gold und Nahrungskapazität bekomme. Heißt das, ich kann nicht mehr Öl lagern. Das wäre natürlich blöd. Aber egal, sobald die Schatzkammer dann fertig ist, habe ich dann diese vier Leute, die ich in meinen Ressourcengebäuden hatte, auch endlich wieder zur Verfügung für meine Defensive. Genau, das war's. Springen wir direkt mal rein zu den Hessenfighters. Und zwar waren die Hessenfighters ja auch eine Station auf meiner jetzigen Reise. Warum ich nicht so lange bei denen geblieben bin, es gab halt nicht sonderlich viel Austausch. Dadurch, dass es keine Line-Gruppe gibt, derzeit noch nicht keine WhatsApp-Gruppe. Ich will nicht sagen, war es nur ein bisschen langweilig, aber dann wurde halt nur über den Chat kommuniziert. Und da kann man sich natürlich nicht dezidiert austauschen. Man kann keine Screenshots teilen. Der Chat hat immer wieder Probleme. Man schickt Nachrichten, die man nicht losschicken will. Irgendwelche Rechtschreibfehler, Zeichenbegrenzung, keine Ahnung. Wir wurden auf jeden Fall gebeten, von der Bremerin, denke ich, die Basis mal anzuschauen. Und ich habe ein sehr, sehr cooles Feedback bekommen unter meinem letzten Basisbesuch-Video. Bei Michi war das, glaube ich. Ich soll einen Punkt hinzufügen. Und zwar, wie würde ich angreifen? Ja, sehr gerne können wir machen. Wobei es gerade bei solchen prognostizierten oder hypothetisierten Angriffen immer das Problem gibt, ist, dass man natürlich viel spekulieren kann und sagen, ha, und hier kommen meine Jagdflugzeuge und da kommt mein Stealthbomber und meine Atombombe. Und dann ist es halt immer viel hypothetisch. Sprich, es simuliert keinen reellen Kampfverlauf, wenn man den nicht so planen kann, wie man es sich jetzt im Kopf vorstellt. Aber ich kann natürlich grob ansagen, von wo ich angreifen würde, warum ich so angreifen würde und die ersten Schritte erläutern, weil die sind ja immer fix, da wird sich nicht viel ändern. Jetzt suche ich aber gerade, wo haben wir denn die Bremerin? Sie hat gesagt, Schießpufferzeit, Alter. Okay, dann müssen wir unter 100 irgendwo, um 100. Da haben wir sie, oder? Da war sie doch gerade. Genau, 94. Wunderschönen guten Morgen, Bremerin. Okay, chinesische Nation. Die Stadtzentren stehen außen. Bedeutet eine Ressourcenbasis. Klingt schon mal nicht schlecht. Sind die Ressourcen ein Geschütz? Lokalisierung und Ballung. Wir haben eine Riesenkammer hier, noch eine Kammer, noch eine Kammer. Also das Gold ist schon mal relativ gut getrennt, würde ich sagen. Nahrung haben wir auch gar nicht mal schlecht getrennt. Wir haben hier oben noch die Handelsgüter drin. Wir haben Schießpufferzeit, Alter, also noch gar kein Öl. Also das passt soweit, würde ich sagen. Wir haben natürlich hier unten sehr weit geöffnet. Da haben wir dann das Versailles noch mit drinstehen. Ich würde jetzt mal behaupten, man kommt hier unten an die Ressourcen relativ einfach, obwohl hier natürlich auch Fallen liegen können. Aber rein von der Lokalisierung ist das schon mal in Ordnung. Von der Ballung haben wir natürlich hier zwei Mühlen auf der einen Seite. Aber man kann nicht von außen über die Mauern schießen. Also man muss definitiv in die Verteidigungsanlagen rein. Und dann bekommt man es auch schon mit den Mörsern zu tun. Würde ich jetzt als eine der besseren Basen sogar bezeichnen für Schießpufferzeitalter. Gerade in so einem jungen Zeitalter muss ich jetzt rückwirkend feststellen. Ich dachte früher, Schießpufferzeitalter wäre schon so weit, als ich drin war. Und jetzt mit der Zeit zeigt sich halt erst, wie lange die anderen Zeitalter dauern. Und da merkt man halt auch, dass das Schießpufferzeitalter eigentlich ein sehr junges Zeitalter ist. Und dass in der Regel Spieler, die sich darin befinden, relativ wenig Ahnung haben. Was ja auch ganz normal ist. Was mir aber auch auffällt, ich glaube, die Bremerin schaut meine Videos. Wenn ich mich jetzt mal rückentsinne, sie hat fast alle Gebäude, soweit ich das sehen kann, auf Schießpufferzeitalter Maximum. Ich sehe kein Gebäude, das nicht Maximum ist. Bedeutet im Unkenschluss, sie ist fast gemaxzt im Schießpufferzeitalter. Und das bedeutet, sie müsste über Level 100 sein. Ist sie aber nicht. Und ich glaube, sie hat ihre Straße nicht gelevelt. Sehr cool. Ich hätte dich jetzt zum Beispiel unterschätzt. Rein vom Level her habe ich eben drauf geschaut. Dachte, du wärst Anfangsschießpufferzeitalter, bist du aber nicht. Scheint auf jeden Fall schon mal zu wirken. Verteidigungsringe brauchen wir nicht besprechen. Ruscha oder Maxa ist das nächste, glaube ich. Genau, Ruscha oder Maxa. Da brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Ich habe es gerade schon erwähnt, sogar die Farmen sind auf Maximum. Karawanen dürften fast alle auf Maximum sein. Also relativ hoch. Hier haben wir noch einen Mittelalterstall, sehe ich gerade. Die Truppen sind auch schon alle gemaxzt auf Schießpufferzeitalter. Ne, der Heilkarren noch nicht, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich kenne die gar nicht mehr, die Heilkarren. Sieht auf jeden Fall alles relativ gemaxzt aus. Wird kein Ruscher sein. Keine Ruscherin. Aktivitätsindex. Da schauen wir uns doch gleich mal an. Eins, zwei, drei, vier, fünf Häuser, sehe ich. Sechs Häuser, sehe ich. Also Maximum für Schießpufferzeitalter. Das passt auf jeden Fall. Die Mauern sind Stufe... Boah, ich kenne die gar nicht mehr. Acht sind, glaube ich, die mit den Pickeln. Das müsste Stufe sechs und Stufe sieben sein. Ja, für Schießpufferzeitalter ist das jetzt nicht so hoch. Da gibt es deutlich höhere. Gerade weil die Mauern da... Ich möchte jetzt nicht arrogant wirken, aber weil sie halt noch nichts kosten. Die Mauern kosten da irgendwie 200.000, 300.000 oder 500.000 auch. Die würde ich auf jeden Fall noch weiter hochziehen. Stufe sieben, acht, denke ich mal, ist solide für Schießpufferzeitalter. Die Ambitionierten kommen immer auf neun, weil es da halt erst eine Million kostet, wenn ich mich richtig entsinne. Die Tore kann ich jetzt gar nicht mehr richtig zuordnen. Die haben auf jeden Fall unten eine Fußleiste. Das bedeutet, es sind schon abgegradete Versionen. Ich denke mal, sie hat ihre Tore tatsächlich höher als ihre Mauern, was auf jeden Fall erstrebenswert ist. Da kann ich nur ein Like für geben. Ja, passt also soweit. Das ist jetzt nicht überdurchschnittlich hoch, aber es ist auf jeden Fall bewegt sich alles im Mittelmaß. Und der Basisbau an sich ist jetzt auch nicht so schlecht. Verteidigungsgebäude. Wo haben wir die Mörser stehen? Wir haben die Mörser, muss ich erstmal sagen, alle sehr weit innen stehen. Und das gefällt mir enorm gut, denn von außen kann man definitiv nicht an die Mörser ran. Bedeutet, sie können optimal wirken. Wir haben die Mörser jetzt nicht maximal nah aneinander, aber sie sind relativ nah zueinander positioniert. Auf jeden Fall so weit auseinander, dass sie nicht mit einer Sabotage sabotiert werden können. Was wir hier auch sehen, und ich denke mal, dass es absichtlich geschehen und nicht durch Zufall, der Mörser und die Festung sowie der Mörser und die Festung sind beide, und das ist sehr interessant, vier Felder auseinander. Also entweder haben wir hier jemanden sehr Aktiven, der meine Videos schaut, denn es ist in der Tat so, man kann keins dieser Gebäude mit einem anderen zusammen lahmlegen. Sie sind perfekt weit auseinander. Näher beisammen ginge nicht, weiter auseinander ginge schon. Also sehr, sehr gute Positionen, weil die Festung wirkt ja auch quasi als kleiner Mörser. Sehr, sehr gute Positionen von den Mörsern und von der Festung. Ich sage jetzt damit nicht aus, dass das das perfekte Basislayout meiner Meinung nach für das Schießbewerbsseitalter ist, aber ich sage aus, dass aus diesen Möglichkeiten, die hier bestehen oder aus dem Potenzial, aus der Basis, die hier gewählt wurde, sehr, sehr viel Potenzial rausgeholt worden ist. Denn man hätte ja zum Beispiel auch die Mörser einfach an den Rand stellen können. Das bitte bedenken. Dann Kanonentürme, Schutz der Mörser. Hier müssen wir ein paar Abstriche machen, sehe ich. Also erstmal haben wir natürlich nur zwei Kanonentürme leider im Schießbewerbsseitalter. Die stehen meiner Meinung nach etwas ungünstig. Der hier schafft es wahrscheinlich nur ganz knapp vor die Mauern zu wirken. Hätte ich vielleicht eher zur Außenmauer hingestellt. Ist jetzt aber auch ein eher kleiner Kritikpunkt. Ich denke, relativ viele Leute dürften, da weiß ich gar nicht, wenn man jetzt hier vom Wald angreift, sieht das natürlich lukrativ aus, wenn man direkt an den Mauern ist. Aber auf der anderen Seite kriegt man auch direkt vom Mörser auf die Mütze. Der Kanonenturm steht mir definitiv zu zentral. Ich denke mal, wenn er angegriffen wird, dann ist der Mörser schon weg und dann wird der Kanonenturm auch relativ schnell überrannt. Die Kanonenturmpositionen gefallen mir jetzt nicht ganz so gut. Flugabwehren haben wir nicht. Redouten haben wir aber. Zwei Stück müssten wir haben. Einer. Hier wird, glaube ich, die zweite gerade gebaut. Die sehe ich nämlich noch nicht. Ja, wo stehen die Redouten? Die sind jetzt beide... Also ich setze Redouten immer ganz gern entweder an Eingänge, an Tore oder an Ecken. Sie hat die jetzt einfach an nichts von all dem gesetzt. Nur an hier ein Tor. Weiß ich jetzt nicht. Es ist kein besonders schlechter Ort, kein besonders guter Ort. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Die Bunker gibt es nicht, Scharfschützentürme, die Weltwunder. Wir haben hier eine sehr, sehr sinnvolle Konstellation an Weltwundern, meiner Meinung nach. Also ich weise zumindest auf einen aktiven Spieler hin. Wir haben das Versailles, was meiner Meinung nach das im Schießprober-Zeitalter beste Weltwunder ist, was wir haben. Wir haben die Akropolis, wo natürlich einige sagen, hey, anstatt der Akropolis würde ich die hängenden Gärten wählen, weil ich besonders viele Handelsgüter brauche. Aber das muss jedem selbst überlassen sein. Ich finde, dass die Akropolis subjektiv, persönlich immer noch das Maß aller Dinge in ihrem Zeitalter... Gerade da ich viele neue Zuschauer gewonnen habe, werde ich die Boni von den beiden auch nochmal erwähnen. Ich höre immer wieder, dass es den Leuten nicht klar ist. Es gibt Weltwunder, deren Effekte man ausschalten kann durch Zerstörung, andere Weltwunder wiederum nicht. Bestes Beispiel einfach, dass Angkor Wat als Alternative zum Versailles oder auch die verbotene Stadt kann man dadurch, dass man sie zerstört, deren Wert aufheben. Sprich, die verbotene Stadt fungiert als zweites Stadtzentrum. Man muss also beide zerstören, um den Stadtzentrum-Sieg zu bekommen oder den Stern fürs Stadtzentrum. Wenn man die verbotene Stadt zerstört, hat man ihren Effekt somit aufgehoben, dass sie ein zweites Stadtzentrum ist. Beim Angkor Wat dasselbe, der Heileffekt wird dann aufgehoben, wenn das zerstört wurde. Jetzt haben wir aber zwei Besonderheiten, einmal bei der Akropolis und beim Versailles. Die Effekte dieser beiden Weltwunder können nicht durch Zerstörung nivelliert oder aufgehoben werden. Sprich, die sind permanent aktiv. Heißt, wenn man sie von Anfang an gut platziert, werden sie so lange ihren Effekt ausstrahlen oder über den gesamten Angriff ihren Effekt ausstrahlen. Heißt für die Akropolis, wir müssen sie definitiv in der Nähe unserer Verteidiger spawnenden Gebäude platzieren. Hier maßgeblich in der Nähe unserer Stelle. Und was sehen wir hier? Oh, noch ein Mittelalter-Stall. Fällt mir gerade erst auf. Apropos Max. Zwei Ställe sind noch nicht auf Schießproberzeit, Alter. Aber wir sehen, die Akropolis ist in Reichweite dreier Stelle. Ich glaube, die Garnision wird auch noch getroffen und diese Garnision. Also alles in allem eine sehr gute Ausschöpfung, würde ich sagen. Den Kommandoposten könnte man überlegen, ob man den noch mit reinnimmt. Der ist meiner Meinung nach sogar wichtiger, getroffen zu werden als eine... Im Falle der Chinesen, weil da Fernkämpfe rauskommen. Wichtiger als eine Garnision, aber sie hat auf jeden Fall die wichtigsten Gebäude getroffen. Und das gefällt mir. Akropolis ist definitiv nicht verschwendet. Das Versailles haben wir hier unten aufgrund von Mauermangel. So ein bisschen als Kompensierung, dass hier alle Truppen verlangsamt werden. Das Versailles fungiert nämlich als große... Erstmal als große Krähenfußfalle, indem es Feinde verlangsamt. Es reduziert nicht ihren Schaden, wie tatsächliche Krähenfuß- oder Stacheldrahtfallen, aber es verlangsamt Feinde. Und wie ihr bereits gehört habt, egal ob es zerstört wurde, der Effekt bleibt aufrechterhalten. Das heißt, hier unten in dem Radius wird der Feind permanent über jeden Angriff die komplette Zeit rund um die Uhr verlangsamt. Und das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Also alles in allem, muss ich sagen, sind die Weltwunder gar nicht mal schlecht gesetzt. Sie hat jetzt die Stadtzentren beide am Rand. Beide kann der Feind sich noch leicht holen, aber sie hat sie trotzdem voneinander getrennt. Ist jetzt in Ordnung. Ist ja auch keine Weltkriegsbasis. Versailles ist auf jeden Fall nicht schlecht gesetzt. Man erkennt eine Strategie dahinter. Die Akropolis ist nicht schlecht gesetzt. Ich könnte natürlich jetzt auch noch auf das Straßennetz eingehen. Falls ihr euch gewundert habt, warum ich niemals auf das Straßennetz eingehe, es ist ein obsoletes oder ein redundantes Thema. Denn, auch nochmal für alle Neuen, es ist möglich, mehrere Basen zu bauen. Habt ihr vielleicht mitbekommen, das bedeutet hier rechts am Rand, ich habe irgendwas auf meinem Handy kleben, so. Hier rechts am Rand gibt es ja im normalen Modus immer dieses Kreuz oder diese Pfeile oder was auch immer, diesen Basiseditor, womit man sich mehrere Basen simultan bauen kann und zwischen diesen schnell hin und her wechseln kann. Heißt im Umkehrschluss, ihr könnt euch auch einfach ein zweites Dorf, eine zweite Basis, Heimatbasis, wie auch immer bauen, in der ihr dann nur Wert auf eure Straßenverbindungen legt. Falls ihr jetzt hellhörig geworden seid, dann schaut einfach mal in meine Videos, in meine Playlists, da ist alles chronologisch sortiert. Da könnt ihr auch gerne auf Tipps, Tricks, Deutsch klicken und dann einfach eingeben oben in die Suche Straßenlayout oder Straßenbasis, Straßenertrag maximieren. Dann werdet ihr schon dahin kommen zu dem Video und dann zeige ich euch, wie man am sinnvollsten alle Gebäude verbindet. Bedeutet im Umkehrschluss, ihr könnt also eine zweite Basis bauen, in der ihr nur Wert auf eure Gebäudeverbindungen legt, alles ganz eng aneinanderpratscht und damit die maximale Summe an Gold aus eurer Straße rausholt. Dadurch, dass ihr sie mit dem Stadtzentrum letzten Endes verbindet, wobei mir hier gerade auffällt, das Stadtzentrum ist nicht mehr verbunden, heißt all die schöne Straßenverbindungen ergibt gar keinen Sinn in diesem Fall. Auf jeden Fall könnt ihr viel mehr an Ressourcen aus eurer Straße rausholen, als ihr es in so einem Layout, das einen verteidigenden Sinn hat, tatsächlich machen könntet. Und daher spreche ich die Straßenverbindung nie an, wenn man sie faktisch einfach nicht braucht. In der Weltkriegsbasis gibt es diesen sekundären Effekt der Straßenverbindung, dass das Stadtzentrum mehr Hitpoints bekommt. Das ist da teilweise wichtig, weil es halt nur ein sehr kleiner Bonus ist, aber weil es trotzdem euer Stadtzentrum haltbarer macht. In so einer Farmbasis, wo aber ohnehin nichts auf das Stadtzentrum gegeben wird, ist also der sekundäre Effekt egal. Der primäre Effekt, den können wir besser erreichen, indem wir uns eine Straßenfarmbasis machen. Dementsprechend spreche ich die Straße nicht mehr an. Raumnutzung. Okay, bei der Raumnutzung haben wir ziemlich viel an Wald stehen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viel ich stehen hatte. Ich weiß aber auf jeden Fall, bei mir ist es nicht eng geworden. Oder? Auf jeden Fall könnten hier noch ein paar Wälder gerodet werden, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Es sieht etwas gedrängt aus mit den ganzen Gebäuden. Bugs-Nutzung. Gut, es gibt jetzt keine Bugs mehr. Das Einzige, was sie halt genutzt hat, ist die Straße. Und dementsprechend sieht sie aus wie jemand, der nicht frisch, aber gerade so Mitte Schießpulverzeitalter ist. Effektiv, verteidigungstechnisch zumindest oder auch offensiv, ist sie dann halt aber Schießpulverzeitalter Ende. Und dementsprechend dürften gerade viele unerfahrene Spieler bei ihr den Fehler begehen und sagen, ach, die ist ja leicht machbar und sich dann da verrennen. Zuletzt, wie würde ich angreifen bei dieser Basis? Boah, das ist ganz ehrlich gesagt etwas schwierig. Wenn man auf die Ressourcen aus ist, dann würde ich sagen, macht diese Basis es schon von mehreren Seiten unattraktiv anzugreifen. Je nachdem, wäre ich jetzt auf Handelsgüter aus, würde ich wohl über das Hauptstadtzentrum reingehen und hier später ein, zwei Nahkämpfer hinsetzen. Ansonsten denke ich, würde ich von der Flanke aus starten. Und zwar, um möglichst weit weg von den Verteidigungsgebäuden zu sein, weil ich es hasse, wenn die Mörser schon auf mich runterregnen, bevor ich überhaupt all meine Truppen gesetzt habe. Dann denke ich, würde ich in die obere Kammer reinversammeln und dann müsste ich halt schon Sabotagen verschwenden, indem ich hier sabotiere vielleicht, um möglichst viel Effekt rauszubekommen. Späterhin kann man natürlich relativ schön die Burg sabotieren mit dem Mörser zusammen und hier. Aber dann hat man auch schon fast alle Sabotagen verbraten. Also alles in allem, wie gesagt, ist es nicht sonderlich schlecht, das Stadtlayout. Gerade die Mörserpositionen gefallen mir hier extrem gut. Also ich würde auf jeden Fall von dieser Seite hier reingehen, denke ich mal, weil man dann auch relativ schnell Zugriff auf die ganzen Ressourcengebäude kriegt. Wenn man sich jetzt von unten versucht vorzuarbeiten, hat man immer wieder Mörser, die von vorne einem auf den Sack schießen. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, das ist alles nur hypothetisch. Es kann auch sein, dass meine Truppen sich ganz anders verteilen und es gar nicht dazu kommt. Aber grob mit dem Plan, in diese Kammer vorzustoßen und sich dann vorzuarbeiten, das wäre mein Plan. Ja, dann hoffe ich, hat die Basisbewertung an sich geholfen. Ich habe, glaube ich, irgendwie auch noch gelesen, dass du aus deinen Verteidigungslogs nicht lesen konntest, ob Feinde jetzt bei dir erfolgreich sind oder nicht. An sich ist das ja relativ einfach. Du schaust einfach in deine Verteidigungslogs rein und schaust, ob und wenn ja, falls das jemand geschafft hat, warum jemand dir das geschafft hat, was du nicht haben möchtest. In deinem Fall, du möchtest Ressourcen schützen. Sprich, du schaust drauf, ob jemand geschafft hat, signifikant Ressourcen bei dir zu stehlen. Wenn jemand das geschafft hat, musst du natürlich alle Umstände betrachten. Du schaust zum Beispiel, hatte ich Segen an, hatte er Segen an, welcher Fortschritt stand, war meine Verteidigung, welcher Fortschritt stand, hatte seine Offensive. Wenn jetzt jemand im Aufklärungszeitalter kam, hat dich platt gemacht. Dann braucht man da nicht viel grübeln, dann war der einfach höher als du. Kam jetzt aber jemand aus dem Mittelalter, würde ich mir das Video nochmal anschauen und eventuell überlegen, warum hat der es geschafft, mich platt zu machen. Habe ich vielleicht irgendwo einen Denkfehler? Gerade aber auch, wenn jemand aus höheren Zeitaltern kommt, kann man sich trotzdem nochmal angucken. Wenn er mich komplett platt gemacht hat, wie hat er das gemacht? Dann wird er vielleicht von irgendeiner Seite starten und du siehst vielleicht noch Verbesserungsmöglichkeiten, weil du siehst, der eine Turm kommt nicht zum Schießen, der Kanonenturm schießt nicht, was auch immer. Aber es ist an sich sehr einfach, seine Verteidigungslogs zu analysieren. Wenn mehrere von euch Interesse daran haben, mache ich vielleicht auch nochmal ein Video dazu, wie man seine Verteidigungslogs analysiert, um zu schauen, was man vielleicht an seiner Basis verbessern konnte. So, wir haben jetzt aber schon 18 Minuten gequatscht. Ich muss trotzdem irgendwann nochmal was für die Uni machen. Wir sehen uns bald wieder, Leute. Und wieder Domination-Tipps.